Moin Freunde, ja das wär's noch, oder? Mit Base Meme Coins zum Kryptomillionär. Ihr seht, das Narrativ wird immer lauter, das Thema Base wird ein immer größeres und dementsprechend willkommen zum nächsten Teil zum Thema Base Ecosystem. Heute werden wir uns mal den gefragtesten Meme Coin bei Base anschauen und ich werde euch eine Liste zeigen mit Meme Coins, die ebenfalls auf Base laufen, aber ehrlich gesagt noch weit, weit entfernt sind von solchen Größenordnungen und dementsprechend vielleicht noch das ein oder andere ein bisschen mehr Luft nach oben zu haben. Wir werden zum einen mal so ein bisschen spinnen, wohin die Reise rein Market Cap technisch gehen könnte im Vergleich zu anderen Meme Coins, die wir bereits kennen und ich werde euch auch mal praktisch zeigen, wie ihr, falls ein Meme Coin beispielsweise nicht auf einer Börse gelistet ist, über eine dezentrale Börse an die Meme Coins herankommt. Ja, im letzten Video haben wir uns bereits diese Übersicht angeschaut mit verschiedensten Base Projekten und ihr seht schon hier auf Platz 3 ist das Projekt Bread oder Brett. Ja, und es ist tatsächlich ein richtiges Spread, denn mittlerweile schon 710 Millionen Dollar Market Cap. Für mich schon fast ein bisschen zu viel für Meme Coin, aber weil es eben der bekannteste ist und vielleicht auch noch das ein oder andere Dollarchen dazukommen könnte, denke ich, ist das aber mal ein Projekt, das wir exemplarisch jetzt nehmen. Denn falls euch im Nachgang der Weg über eine dezentrale Börse zu kompliziert ist, könnt ihr Brett, das können wir hier sehen, eben auch bei Börsen kaufen. Das größte Volumen findet bei Gate.io statt, aber auch BitMart oder auch CoinEx sind dafür interessant, denn die bieten alle die Möglichkeit, über eine ganz normale Börsenanmeldung eben aktiv werden zu können. Bei Uniswap und Sushiswap haben wir eben eine dezentrale Anwendung. Zum Ende des Videos zeige ich euch aber mal praktisch, wie das auch mit wenigen Klicks funktioniert. Ja, eine Liste habe ich gleich mal hier für euch parat und die werde ich auch natürlich verlinken. So könnt ihr dann mal schauen, welcher dieser Meme Coins auf Base überhaupt existiert und wie viel Market Cap die bereits haben. Market Cap bedeutet, wie viel Geld ist eigentlich schon in diesem Projekt drin. Und ihr könnt euch ja vorstellen, je mehr Geld drin ist, desto unwahrscheinlicher wird es in sehr, sehr schneller oder kurzer Zeit irgendwie nochmal ein Verdoppler oder Verdreifacher oder sonst was zu sehen. Ein Beispiel ist dieses Projekt Diegen. Bereits 1,93 Milliarden Market Cap, wenn man es mal hochrechnet. Das heißt, dieses Projekt ist ehrlich gesagt für mich zumindest schon ein bisschen zu spät. Das heißt, ich habe es einfach verpasst und muss einfach damit leben. Dennoch interessant zu sehen, wie viel Geld bereits im Pod liegt bei einigen Projekten. The Doge NFT, einer der größten Airdrops überhaupt. Schau mal in deinen Metamask-Wordet, falls du zufällig auch schon aktiv warst in der Vergangenheit bei Base. Alle, die irgendwie Berührungspunkte zum Base-Ökosystem hatten, waren qualifiziert für diesen Airdrop. Dementsprechend ist der natürlich sehr stark verbreitet und auch der mittlerweile mit 300 Millionen Market Cap. Was aber jetzt interessant ist, sind die Projekte, die wir hier sehen. Brad, seht ihr, ist auf Platz 8. Fragt mich nicht, warum, aber irgendwie ist die Reihenfolge hier ein bisschen durcheinander. Denn normalerweise müsste Brad viel weiter oben stehen. Ihr seht es ja hier, aber sei es drum. Hier seht ihr auf jeden Fall mal, wie viel Market Cap drin ist. Also wie viel Geld ist bereits im Pod in diesen Meme-Coins. Und ja, davon würde ich unter anderem abhängig machen, ob ich mich da einkaufe oder nicht. Natürlich gibt es bei Meme-Coins sehr, sehr viele Risiken und eben auch einige weitere Dinge zu beachten, als einfach nur das Market Cap. Ihr solltet auch zum Beispiel mal auf die Internetseite schauen und vor allem auch auf deren X-Account. Denn Meme-Coins haben ja keinen großen Sinn. Aber was sie aber auf jeden Fall machen sollten, ist regelmäßig irgendwelche Memes posten. Denn das sollte zumindest mal die Aufgabe eines Meme-Coins sein, wenn ihr mich fragt. Wir prüfen das Ganze jetzt einfach mal bei Brad gegen. Wir klicken mal darauf und gehen dann hier unten auf die Website-Verlinkung und gehen mal auf X. Und da gucken wir uns mal Based Brad an. Habe ich auch gecheckt, bevor ich mich eingekauft habe bei Brad. Ja, also da kam wirklich sehr, sehr viel. Die Community ist relativ groß. Wir haben mittlerweile schon 32.000 Follower. Und das wohlgemerkt in einem Ökosystem, das die allermeisten noch gar nicht auf dem Schirm haben. So könnt ihr dann Stück für Stück ein Projekt nach dem anderen mal überprüfen. Schaut euch das Market Cap an. Prüft die Socials, die Aktivität. Und dann könnt ihr eben aktiv werden. Bevor ich euch gleich die Antwort auf die Frage liefere, wo kaufe ich das Ding denn jetzt? Wie kann ich aktiv werden? Möchten wir mal kurz spinnen, wohin die Reise gehen könnte bei solchen Meme-Coins. Denn wir haben ja einige Platzhirsche da draußen, die bereits ordentlich Gas gegeben haben in den letzten Jahren. Unter anderem natürlich Dogecoin, der in der Spitze 46 Milliarden Dollar Market Cap hatte. Aktuell immer noch bei knapp 30 Milliarden Market Cap liegt. Und auch Shiba Inu mit knapp 18 Milliarden Market Cap. Eine ordentliche Hausnummer. Da die beiden jetzt aber wirklich extrem hoch sind, suchen wir uns mal etwas realistischere Ziele heraus. Und so könnte man zum Beispiel Pepe mit knapp 3,8 Milliarden zugrunde legen. Oder eben auch Bonk. Bonk wohl noch am ehesten realistisch mit 2 Milliarden Market Cap. Das gibt uns aber einigermaßen das Gespür dafür, wohin könnte die Reise maximal gehen, wenn man es mal mit den bisherigen Projekten vergleicht. Natürlich kann es sein, dass die alle Rahmen sprengen und neue Maßstäbe setzen. Wir gehen jetzt aber erst einmal etwas konservativer daran. Das heißt, in diesem Fall mit Bread hätten wir bereits 711 Millionen Market Cap. Und wenn wir das mal mit Bonk vergleichen, wäre hier vermutlich noch ein X2 bis X3 drin, bis man dann schon in Territorien wäre, wo man sich in den Top 50 bei Coin Market Cap aufhält. Bei Meme Coins ist generell immer wichtig zu verstehen, dass die natürlich meistens eine gewisse Hype-Phase haben und dann meistens extrem abflachen. Also diese Market Cap sind bis auf Dogecoin und Shiba Inu, die sich wirklich schon viele, viele Monate, wenn nicht gar Jahre da oben rumtummeln, eigentlich immer sehr volatil und die gehen rauf und genauso schnell auch wieder runter. Behalte das unbedingt im Hinterkopf. So, jetzt haben wir die Risiken verstanden. Wir möchten trotzdem gerne irgendwie aktiv werden. Wie macht man das jetzt? Eben habe ich euch schon erklärt. Ihr könnt ganz normal die Börsen wählen, wenn es denn das Projekt anbietet. Aber wenn wir mal das Beispiel Brion Armstrong nehmen, also quasi eine Parodie an den Namen von dem Gründer von Coinbase, Brian Armstrong, dann sehen wir, dass bei diesem Projekt beispielsweise keine Börse das Ding anbietet. Das heißt, ihr könntet dieses Ding nur über Uniswap erwerben. Ja, wie funktioniert das jetzt? Also, ihr braucht im Prinzip zwei Dinge. Zum einen braucht ihr die Contract-Adresse, die müsst ihr einmal kopieren. Und zum anderen braucht ihr idealerweise ein Metamask-Wallet. Das ist hier diese Erweiterung. Die könnt ihr euch runterladen, das in Betrieb nehmen, euch die Sicherheitswörter aufschreiben und dann eigentlich schon loslegen. In diesem Metamask-Wallet müsst ihr euch denn mit der Base-Chain verbinden. Falls ihr die noch nicht habt, kann man die mit wenigen Klicks hinzufügen. Und dann müsst ihr euch nur noch Ether auf dieses Wallet schicken. Wichtig ist dabei, dass die Ether auf der Base-Chain sind. Ihr könnt bei den Börsen, wenn ihr Ether auszahlt, meistens auswählen ERC20, BEP20 oder eben Base, Arbitrum oder was auch immer. Wählt dann da einfach Base aus. Erstens sehr günstig in der Auszahlungsgebühr und zweitens habt ihr dann gleich die Ether auf der richtigen Chain. Ja, mit diesen Ether könnt ihr eigentlich schon einkaufen. Und zwar geht ihr dann auf Select Token und nachdem wir eben gerade bei diesem Projekt hier diese Contract-Adresse kopiert haben, können wir dann hier ganz einfach die Contract-Adresse einfügen und man sieht da, direkt wird das Projekt gefunden. Ich sehe gerade auf diesem Wallet sind sogar ein paar davon drauf. Also klicken wir mal direkt drauf und sehen jetzt in diesem Fall mal 15.000 dieser Token. So könnt ihr das Ganze dann theoretisch einkaufen oder auch umdrehen. Ihr könnt genauso die Dinge auch wieder verkaufen und würdet jetzt im Gegenwert von 153 Dollar eben Ether erhalten, wenn ihr auf Swap klickt. Ihr braucht also Metamask, Uniswap und die Adresse des jeweiligen Projektes und schon könnt ihr loslegen. Ein weiterer sehr bekannter Meme-Coin ist Toshi, den solltet ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Und ich habe auch einige weitere interessante Meme-Coins, aber auch andere etwas tiefgründigere Base-Projekte rausgesucht. Dazu habe ich euch bereits gesagt, gibt es seit letzter Woche ein Video, das ich euch an dieser Stelle auch nochmal empfehle. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr das Ganze bei Patreon. Link hier unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir mal, dass Brett und das ganze Ökosystem zum Mond fliegen. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe, Freunde. In einem der nächsten Videos sprechen wir dann über das Thema Real-World Assets, denn auch das ist ein Thema, das gerade extrem im Kommen ist und auch, glaube ich, einiges an Gains für uns bereithält. Also, ich freue mich darauf, wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt mir gesund, ihr Lieben und bis bald. Ciao! Ciao!